Es ging nie nur um Fashion. Es ging so viel mehr als nur ein Fashion-Brand. Für mich persönlich ist Van Loh eine eigene Lebensphilosophie. Ich bin Mivan, ich bin 33 Jahre alt und ich bin die Gründerin von Van Loh. All diese Vintage-Teile gehe ich hauptsächlich immer noch online aus der ganzen Welt, aber hauptsächlich aus Südost-Asien. Die guten Sachen so rauszufiltern, das braucht einfach extrem viel Zeit. Ich bin auch tagelang mit den Deals, mit allen Verkäufern beschäftigt. Die besten Pieces werden dann abgefottelt und präsentiert. Dieses Jahr habe ich es dann endlich geschafft, nach Südost-Asien zu reisen und meine Supplier zu besuchen. Das ist einer der eindrücklichsten Trips, die ich in meinem Leben gemacht habe. Sie ernähren auch ganze Familie mit dem Vintage-Business. Und das dann wirklich vor Ort so Kleiderberge, einfach die ganzen Kleiderberge durchwühlen und das in der Hand haben. Das war schon für mich auch ein sehr spezielles Gefühl. Ich habe nie den Einkauf gelernt oder ich hatte keinen Fashion-Background. Ich habe zuerst zehn Jahre auf dem Büro gearbeitet. Ich habe dann einfach parallel relativ früh schon angefangen mit Freunden T-Shirts zu designen. Van Loh habe ich vor vier Jahren gegründet. Ich habe zuerst angefangen mit Vinyl und Sneakers. Und später habe ich angefangen mit Kleiderbrand, die man in den Staaten bekam, bestellt und damals in den Schulen und an Verwandten weiterverkauft. Vor ein paar Wochen haben wir schon den vierjährigen Geburtstag von Van Loh gefeiert. Und für mich ist es heute noch super spannend zu sehen, was für Leute an so einen Sale kommen. Ich glaube, die Diversität der Community zeichnet Van Loh stark aus. Die 30- bis 40-Jährigen, die vorbeikommen, aus reiner Nostalgie, kommen die Kleider anschauen. Dann aber auch die jüngere Generation aus dem Gymnasium, vereint mit den Mode-Blogger und Influencer. Aber auch der Backpacker, der gerade an der gleichen Kleiderstange steht, der noch Mob-Deep zu Hause gepumpt. Also es ist wirklich sehr breit und es war wirklich jedes Mal ein Erlebnis. Und der Vibe an so einem Van Loh ist einzigartig, finde ich. Sehr entspannt und doch hektisch, weil man eben dorthin geht und die besten Pieces ergattern möchte. Weil man weiss, es gibt es genau nur einmal in einem Design, in einer Grösse. Und wenn man nicht früh genug ist, dann ist es weg. Ich bin mit dieser ganzen Hip-Hop-Kultur aufgewachsen. Und darum ist für mich das Highlight bei Van Loh immer noch die Möglichkeit, über Van Loh mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Van Loh ermöglicht mir, extrem interessante Persönlichkeiten kennenzulernen, die ich so einfach gar nicht kennenlernen würde. Und einerseits mit Familie, mit sehr engen Freunden zusammenzuarbeiten, wie der Jazz-Crew. Aber auch mit aufstrebenden, mittlerweile sehr erfolgreichen Künstlern, wie der Nizza oder Superwag, die wir letztes Jahr so ein Artist Visual gemacht haben. Und La Base zum Beispiel, die wir sie auf Paris begleitet haben. Und dass ich es geschafft habe, mit dem, wo ich am besten bin, können unabhängig sein. Es ist pure Erfüllung. Ich kann das nicht anders erklären, weil... Was gibt es Schöneres, als wenn du das machst, was du am liebsten machst, dazu noch etwas Geld verdienen und Leute animieren und inspirieren, dasselbe zu machen. Also für mich gibt es nichts anderes, das mich mehr erfüllen könnte, als dieses Gefühl. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020